Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuem Angezockt, Sairo Acrobat, leider nur in Japanisch und Englisch. Und ihr seht schon die Grafik, also das Bild, es ist ein älteres Spiel. Uff, Fullscreen, das sieht aber doof aus, das hört mal lieber so. Ach, so sah das damals aus, ach, die Fernsehröhren. Aber wie lassen wir das? Ach, so sah das. Da war's, ich hab die Sung-Z guru auf. Ich kann leider nicht den Ton einstellen. Es ist doch schön, dass ältere Spiele mal wiederkommen. Ich kann leider nicht den Ton einstellen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Oh, scheiße! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah. Ich bin zu ihr Gerüst. Oh Ja, ja, ja. Also das waren die Spiele früher echt so schwer. Keine Leitung, kein Licht, einfach rühren und dann sammeln wir irgendwas oder was. Keine Leitung, kein Licht. 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 Oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 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 Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich bin echt überfragt. Steht doch alle den Englisch da, jenst doll. Ne, dann mach ich den Schluss. Also irgendwie kam mir die Spiele früher nicht so schwer vor. Und ich würde gerne wissen, was ich da machen soll. Ich weiß nicht. Ich finde keinen Ausgang. Bin aber auch jetzt angenervt und hab keinen Bock weiter, einen Ausgang zu suchen. Das ist bestimmt wieder irgendwas Simples, wo ich irgendwo was übersehen habe. Wenn ich mich noch daran erinnern könnte, an damals, wo ich gespielt habe, wäre ich glücklich. Aber das war irgendwann in den 90er. Das ist jetzt gute 30 Jahre her, würde ich jetzt mal meinen. Da ist das nicht mehr da. Für Retrofans bestimmt ganz interessant. Leider englisch, wie gesagt, und japanisch. Schön, dass englisch und japanisch drin ist. Aber mal deutsch hier. Wenigstens, dass man das Menü und was lesen kann. Ton hat es ja sowieso nicht. Die quatschen ja nicht. Aber, dass man weiß, was man machen soll. Das wäre halt ganz, ganz Knorke. Aber so? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber schön umgesetzt. Also im Gegensatz zu damals sieht die Grafik gut aus. Dass man auch verschiedene Stile von der Grafik wählen kann, finde ich gut. Aber für mich ist es persönlich nichts. Sag ich so. Also sag ich euch so, wie es ist. Für mich wirklich ist das nichts. Aber vielleicht für den einen oder anderen. Könnt ihr eure Kommentare schreiben. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.